Was geht YouTube? Und damit ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja Leute, Call of Duty Vanguard ist zurzeit gratis spielbar für vier Tage. Ich zeige euch, wie man das Ganze freischaltet, beziehungsweise viele Leute wissen nicht, wie man das freischaltet. In dem Video zeige ich das euch, weil es sehr verwirrend für einige war. Wir gehen einfach mal in den Playstation Store, gehen dann auf Suche, geben hier oben einfach mal Vanguard ein. Vanguard. Vanguard. Und dann können wir das hier auch schon sehen. Call of Duty Vanguard, kostenloser Zugang. Das Ganze ladet ihr euch einmal runter. Und ja, dann könnt ihr das Ganze auch schon spielen. Bei mir ist es hier starten. Ich denke mal, bei euch wird hier installieren stehen. Mehr ist das nicht. Und ja Leute, an der Stelle bedanke ich euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Lasst mir doch mal gerne ein Like und ein Abo da. Und an der Stelle bin ich raus. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Abhした tom. Tschüss.